Wie kommen wir an das andere Flussufer? Lass uns eine Brü... Platziere die Teile an den richtigen Platz. Bagger! Damit wir guten Arbeiten. Als erstes müssen wir tanken. Bagger! Pumpen! U-A! Lass uns die Ufer des Baches vorbereiten. Wir müssen es sauber waschen. Bagger! Wir haben es geschafft! Wir müssen die Teile an den richtigen Platz platzieren. Kranwagen! Bagger! Jetzt müssen wir tanken. Kranwagen! Drücke auf die Pumpe. Fertig! Lasst uns die Brückenabstützungen platzieren. Nur, die sind dann die Packung. Wir müssen unterbissen die Jochen. D quarters live. Kranwagen! Flüssig Lass uns Rost der Maschine entfernen. Lass uns die Verfärbungen übermalen. Bereit? Die Teile an den richtigen Platz platzieren. Lass Wagen mit Arbeitsbühne. Weiter mit der guten Arbeit. Als erstes müssen wir tanken. Lass Wagen mit Arbeitsbühne. Drücke auf die Pumpe. Fertig. Lass uns den Rahmen platzieren. Lass uns den Rahmen platzieren. Wir müssen es waschen. Lass Wagen mit Arbeitsbühne. Diese macht es wirklich gut. Läge die Teile an den richtigen Platz. Gabelstapler. Als erstes müssen wir tanken. Gabelstapler. Drücke auf die Pumpe. Weiter so. Lasst uns nun den Rahmen streichen. Lass uns den Rost reparieren. Lass uns die Verfärbungen übermalen. Lass uns die Verfärbungen übermalen. Wir müssen die Teile an den richtigen Platz platzieren. Planen Lastwagen. Weiter mit der guten Arbeit. Jetzt müssen wir tanken. Planen Lastwagen. Drücke auf die Pumpe. Fertig. Lass uns den Schmutz abwaschen. Lass uns den Schmutz abwaschen. Planen Lastwagen. Planen Lastwagen. Hurra. Jetzt müssen wir die Teile platzieren. Planen Transporter. Lass uns auftanken. Planen Transporter. Drücke auf die Pumpe. Du machst es wirklich gut. Lass uns die Bretter schleifen und imprägnieren. Lass uns den Rost entfernen. Lass uns den Rost entfernen. Lass uns die Verfärbungen übermalen. Lass uns die Verfärbungen übermalen. Lass uns die Verfärbungen übermalen. Platz. Grüne Laster. Werdig. Als erstes müssen wir tanken. Grüne Laster. Drücke auf die Pumpe. Du machst es wirklich gut. Lass uns eine Straße zur Brücke anlegen. Die Brücke ist fertig. Jetzt ist es einfach, auf die andere Seite zu kommen. Spannende Trinken. 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 Vielen Dank.